Jo Leute, ich bin's wieder, Orbit Mahf, und Willkommen zurück zu einem neuen Video, ja, denn ich habe jetzt einen guten Grund, ein Video zu machen, wenn ich, ich werde es jetzt wahrscheinlich schaffen, ich werde zwei Videos hochladen, ja, oh, zwei Videos, das ist nicht Spaß, ähm, denn ich habe heute Geburtstag, yeah, und ja, das im Hintergrund seht ihr gerade, nein, 32 zu 2 war das, genau, und der L-Sort war es, ich glaube ohne die L-Sort, richtig geil, geworfen und boom, er war weggeholt, ja, und das cool ist, ich war der erste Level 38, das heißt, ich habe dann noch keine, ich bin keine gute Waffe, zum Beispiel die Scar, was ich ja jetzt freigestellt habe, ja, das war natürlich nicht alles, denn, also ich, ja, ich bin jetzt älter, juhu, freut mich, aber auch irgendwie nicht, das hat Vor- und Nachteile. Ich bin 14 geworden, juhu, ich weiß, ich kling älter, und ich schaue eigentlich älter aus, aber, hm, kann nicht machen, da, AIMBOT, 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 Und dieses Wochenende ist bei Black Ops 2 Doppel-DXP, deswegen auch, das ist immer nicht, wenn ich den Kill mache, warte, warten wir, warten wir, warten wir, Dann werde ich euch gleich zeigen, was Doppel-DXP ist, ha, Doppelte Punkte. Das läuft, und ich habe jetzt das schöne Battlefield 4, eine D1 Edition, kann ich hier mal zeigen, da, momentan nicht gesehen, aber egal, Das heißt, ich habe den Inhalt China Rising, wie das heißt, das ist die Bonus-Map, weiß, keiner weiß, was auf der Rückseite draufsteht, ich lese mal vor. Null in Battlefield, beinhaltet die Erwärterung Battlefield 4, China Rising, die Kombination von Blockbuster-Grafik und Surroundzone sucht ihresgleichen, Also vom Suchen her, nicht die sucht, beherrscht Land, Luft und Meere, spektakuläre Zerstörung mit Le-Volution, okay, mitreißende Einzelspieler-Kampagne. Battlefield 4, China Rising wird ab Dezember 2013 erhältlich sein, für den Zugriff auf anderen, äh, interesse eh keinen. Und natürlich ist alle, ist Audio in Deutsch, Text in Deutsch und Handbuch im Spiel und online verfügbar, ist auch auf Deutsch. Ah ja, genau, die Stelle, Triple Kill mit der Hand, da, läuft. Wie groß bin ich da schon? 18 zu 2, dann bin ich nie wieder verreckt. Boah, Multikurl, 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 und schon wieder in der Hand, yeah. Ah, man muss sagen, ich bin, okay, nicht in der niedrigste Rang, aber eine von den niedrigsten Rängen hier. Ich habe einfach ein 15er Streak, also 15er Streak gehabt. Das heißt, ich habe 15 Köln ohne zu sterben. Läuft. Da bin ich. Befördert. Ich bin gespannt, ob ich noch irgendwas schneiden werde, ob ich, ob nicht, weil ich wusste nicht, was ich schneiden soll. Nooo. Genau, woher das Geschütz kommt. Hat sich eben gedacht, ja, das ist mal ein Geschütz an. Läuft. Und ich glaube, die restlichen Kölns habe ich nicht gemacht. Ach, Köln müssen noch drin gewesen sein, so ehrlich ich das weiß. Ah, hast du gewusst, dass ich da verkämmt? Oder auch nicht? Ah, genau. Vorrang zugehauen. Ey, das Mies ist mir einfach eiskalt die Munition ausgegangen nach einer Weile. Also, ich hatte wenig Munition. Einmal. Hunter Keller. Jedermal. Ah, das war schon ein geiles Gameplay. Und so sehe ich gehört, wegspringen. Hunter Keller fliegt. Weiß gar nicht. Ja. Da ist einer draufgegangen. So. Ferne-Kladung. Nehme ich nicht, sondern genau, ich musste die Waffe nehmen. Weil eben die Munition knapp war. So Sachen weißt du nie, wohin du schießen sollst. Schießt du auf den oder auf den? Und es sind noch... 5 Kals. Und dann war der Spieler war auch schon so. Läuft, wie ich sagen, oder? Wartet, ey, mein Gott. Wie hab ich die ganzen Kälse erreicht? Da hat dich wieder mal Glück. Na gut. Läuft, würd ich sagen. Oder? Muss schnell nachschocken. Okay. So weit sind wir. Das ist zum Beispiel ein Vorteil. Ja. Das soll jetzt nicht mehr viel sein. Dann... Gibt's nur noch... Lack. Ja, Lack gibt es noch. Ah ja, dann ist das aber auch schon vorbei. Ich hab noch den letzten Kälse. Hab noch ne Handekelle bekommen. Und ich glaub... Nein, glaub nicht. Ich war mit keinem in der Party. Ich hab mal was vorgespielt. Aber siehs auch schnell. Ah, der Abschlusskampf wird nicht gezeigt. Na ja. Schade. Und ja, hofft ihr hattest gefallen. Tschö. Tschö. Bis zum nächsten Mal.